Servus und grüß Gott, mein Name ist Michael Siedlmayr. Und mein Name ist Melanie Siedlmayr. Wir sind die dritte Generation der Allianz-Vertretung Siedlmayr. Unsere Agentur gibt es mittlerweile schon seit über 50 Jahren bei der Allianz. Und wir stehen für Vertrauen, Beständigkeit und Zuverlässigkeit. Egal ob Privat- oder Firmenkunde. Das Wichtigste ist, dass man eine gemeinschaftliche Basis entwickelt. Eins ist uns wichtig, immer da zu sein, wo Sie uns brauchen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns in Hohentan oder Landshut besuchen und sich einen eigenen Eindruck von unserem Beratungs- und Serviceteam machen. Wir versprechen mir nicht nur, sondern wir halten auch das, was wir sagen.